Der Camo Eimer von Radical 10 Liter Fassungsvermögen ist ein richtig cooler Eimer, der ordentlich gut schließt, wo ihr auch Futtermaterial, was flüssig ist, mit ans Wasser führen könnt, ohne dass es euch im Auto gleich raus schwappt. Cool dabei ist ebenfalls noch, dass wir diesen Bucket-Pot auch noch mit anbieten. Der passt genau auf diesen 10 Liter Eimer drauf und könnt hier an der Seite sogar noch eure Route abstellen, wenn ihr irgendwelche Montagen und ähnliches fixieren wollt, bevor ihr loslegt. Eine wirklich coole Angelegenheit, die jeder Karpfenangler wirklich braucht und vor allen Dingen ist es schön unauffällig, schön camouflage und ein richtig toller Eimer.